Der westliche Lebensstil stellt oft hohe Anforderungen an die Gesundheit. Er kostet uns Kraft und Energie. Stress ist ein alltäglicher Begleiter. Das Konzept der ambulanten Detox-Kur zielt darauf ab, ihren Lifestyle einmal kritisch zu beleuchten. Durch eine ausführliche Anamnese wird der aktuelle Zustand der drei Doshas, den Grundenergien, festgestellt. Die richtige Ernährung spielt eine zentrale Rolle für das Wohlbefinden und die Gesundheit. Die Welt der ayurvedischen Küche ist voller Geschmackserlebnisse und Sinneserfahrungen. Für eine wirkungsvolle Entgiftung ist die spezielle Kurdiät von besonderer Bedeutung. Unser kreatives Küchenteam verwöhnt Sie mit nach ayurvedischen Prinzipien zubereiteten Mahlzeiten. Lernen Sie im Kochworkshop den richtigen Umgang mit Gewürzen. Gewürze sind die Grundlage der ayurvedischen Kochkunst. Sie verleihen den Speisen Geschmack und Aroma. Gleichzeitig dienen sie der Gesundheitsprophylaxe. Der Tag beginnt mit einer Detox-Behandlung. Die spezielle Algenpaste wird auf ihrem ganzen Körper verteilt. Unter der Folie entfalten die wirksamen Bestandteile der Körperpackung ihre volle Wirkung. Die anschließende Fußmassage aktiviert das sympathische und parasympathische Nervensystem. Typisch für ayurvedische Massagen sind spezielle Kräuteröle. Jede Mischung ist abgestimmt auf ihren Konstitutionstyp. Abhyanga ist die Königsdisziplin unter den ayurvedischen Massagen. Der ganze Körper wird sanft in langen streichenden Bewegungen mit erwärmten therapeutischen Ölen massiert. Diese entfalten so ihre volle heilkräftige Wirkung. Das anschließende Dampfbad regt den Stoffwechsel an und macht die Entspannung perfekt. Ayurveda bedeutet das Wissen vom Leben. Die ganzheitliche Heilmethode betrachtet Körper, Sinne, Verstand und Seele als Einheit. Yoga ist ebenso Teil des Ayurveda, wie die uralte Kunst des richtigen Atmens, Pranayama, die Zusammenführung von Körper und Geist durch Atemübungen. Gemeinsam praktizieren wir während der Kur spezielles Detox-Yoga und Pranayama, die den Entgiftungsprozess des Körpers wirkungsvoll unterstützen. Das Chinehus ist ein Retreat-Haus in Holz 100 Bauweise im Einklang mit der Natur. Ein Ort des Auftankens, der Ruhe und Entspannung. Ob einige Ferientage abseits des Alltagstrubels, eine wohltuende Ayurveda-Kur oder zum Beispiel ein Qigong- oder Meditationsretreat, bei uns sind sie richtig. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017